Cheetah, Achtung, Cheetah, der Mario-Fahrer, der hier, deshalb Cheetah. Cheetah, Achtung, Cheetah, und haut mein Pilz weg, der heißt DeYoshi, fährt aber mit Mario, ich fahr mit Daisy in Wachtbreit, und der eine andere nicht Cheetah, oh, der Cheetah, der schmeißt gleich, 10.000 Stechenpanzer, bestimmt, was bringt er jetzt mit drei roten, oder so ein Bananen, ne, oh, der hat sich da auf 1 gescheatert hier, er straft einen ab, uh, das war knapp, oh, oder noch ein roter von hinten, und da kommt schon mal die Staffelpanzer, oh, der ärgert der nicht, bam, da ist der Cheetah, hier ist er, da ist der Cheetah, ich würde mich aufbringen, wenn mir das einer von den Abonnenten wäre, oder einer meiner Freunde, das würde überhaupt nicht passen. Ich spiele zwar über den Homebook Channel, aber leider habe ich die Cheetahs gerade ausgestellt, wie ich sie sonst angestellte, da könnte ich entfliehen. Zwei Stachis. Ich habe keine Chance mehr hier, ich schmeiße dich selbst voll, ich komme nicht weg hier. Ich weiß nicht, was er für Coats nutzt, sondern irgendwie so Coat, dass er irgendwie Bulletpill spielt und teleportieren, dass er besorgt, benutzt. Bam, Staffelpanzer nochmal. Zwei Staffelpanzer, noch, noch einer. Boah, kann er bitte mal aus dem Raum rausgehen. Der R hat nicht, wirklich. Er soll weg, er soll erstmal, er soll weg aus diesem Raum. Cheetah kann er gerne weiterhin, aber er sollte nicht vor Fun Cheetah, sondern vor Wind Cheetah. Und hier hat man keine Chance auf eins zu bleiben. Da ist er ja schon. Oh, Staffelpanzer. Der. Powerblock, Staffelpanzer mit 10, 11, 12, die Stadt ist war das schon. Hier kann man nicht fahren. Ich will sonst lieber dich schießen. Oh, der regt einen auf. Oh, die letzte Meter. Komm dich voran. Und erster. Erster. Zum Glück. Zum hofft. Hoffentlich geht der Cheetah jetzt weg. Hm, der ist immer noch da. Der hier ist der Cheetah. Der cheetah sich immer wieder auf 9999 irgendwie hoch. Was er da so einen Code installiert hat? Der hat ja noch einen Item Hat Code installiert. Der hat ja noch so ein Bullet Bill Speed Code installiert. Und er hat ja noch ein ... Hm, was hat er noch installiert? Teleport Code. dass er sich so teleportieren kann, Freefly hat er sich auch installiert, habe ich schon mal gesehen. Luigi's Piste, Cheetah, Luigi's Piste, perfektes Renn für Cheetah. Und jetzt will er natürlich auf 1 und, bevor es losgeht, bevor es losgeht, Stachypanzer. Und jetzt hat er die da erst zu ärgern, aber das war bestimmt, dass hier 1.000 Stachypanzer, da wette ich um 100 Prozent. Der ist schon wieder da, die ärgert diese, und Stachypanzer. Und das ist normaler. Das nächste wird zweiter. Aber jetzt bin ich niemals weiter. Aha, das ist... Wie... Was ist da unten denn los? Daisy? Was da noch ne... Na, noch weh, wie geht die noch aus? Wie ist das denn heute? Dieses Mal. Der hat sich da jetzt ne runde rumgecheatet, aber scheint immer noch erster zu sein. Und 1 Sekunde bin ich mit 10.000 Stachys überwunden. Oder nicht mehr erst, ja, weil dann ist wie... Tak 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 tak. Da ist er. 0 meter voran dn drei sterne joshin münze und luftballons stehern maxi pilzen ich habe jetzt kurzerhand geschlossene aufzunehmen ich weiß dass es immer noch cheater gibt online und macht sich da immer groß und holt sich der bombe ablegen bringt aber nicht ach zwei daisys und babydates weiter aber zumindest beschädigt richtig plus punkte gestern hatte ich auch einen cheater hieß best cost er hatte sich auf 35.555 wertspunkte hochgecheatet und bei einem rennen das jetzt leider nicht aufgenommen wurde da hatte er also dieser mr joshi der dieser joshi wieder wie der joshi wieder heißt der hat sich der hat einen rennen bei donkey yung dschungelpark auf fünf minuten gebracht er hört auf rennen dürfen nicht länger als fünf minuten dauern aus dem wissen warten einen moment bitte hoffen wir das jetzt wieder raus geht Wie lange dauert das denn auch? Jetzt ist es. Und der Cheater ist immer noch da, DN, 3 Sterne, Yoshi, Münze, roter Ballon, blauer Ballon. Ich weiß gar nicht, wie man diese Münze und diese Ballons, wie man die hinkriegt. Schreibt es mir in die Kommentare, wie man das hinkriegt. Wie kriegt man das hin? Ich frage mich auch, sonst möchte ich meinen Namen auch mal ein bisschen mit Ballons aufstatten. Ich heiße ja Mkw-Fahrer. Wer mich ändern möchte, mein Freundeskopf ist 1250 2961 1283. Ich habe noch 5 Plätze frei. Aber ich habe auch einen zweiten Account gemacht. Ich habe einen Cheater-Account. Ein Cheater-Account. Und der handelt nur um Item-Cheese. Also... Und zwar ist der... Und dann kann ich dir da unendlich Thoropilze, Maxi-Pilze, Sterne und Blitze holen. Und damit auf dem ersten Platz auf Blue Chains einfach so dodgen. Aber was macht der Cheater? Der kommt nicht hinten voran. Der... Der... Und wenn ich dieser... DM Yoshi-Werr, würde ich... Nicht aus Pfannen, sondern aus... Lust fürs Wind-Cheaten. Und die anderen nicht ärgern. Und dann einfach so mit... Probepilzen oder so vorbeigehen. Da ist der Cheater. Der... Oh, es kommt wieder Staffis. Und ich bin lieber zweiter bleiben. Ich bin lieber zweiter bleiben. Ja, er hat sich wieder vorgecheatet. Ich bin lieber auf zwei bleiben. Ich bin lieber auf zwei bleiben. Nicht auf 1 gehen, weil so ein Stachy-Panzer drohen. Hm? Dritter. Stachy. Die will den Pilz abkürzen. Hat auch nicht viel gebracht. Die fehlt immer noch Dritter. Die wird als Dritter eingereiht. Der Tacktacktacktacktacktacktacktack. Wie sich der Mario herum teleportiert. Und jetzt kriegt der Cheetah wieder 64 abgezogen. Jetzt hat er 9934... Echt wie rum hat der Cheetah denn wohl jetzt? Der ist rausgegangen.